Karparasana ist die Stellung der Schale. Karparasana wird in einem klassischen Text erwähnt, aber nicht genauer beschrieben. Es gibt mehrere Stellungen, die man als Schale bezeichnen kann. Judith zeigt eine davon. Vom langen Setz ausgehend beuge die Knie etwas und gibt die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Halte die Füße dabei etwa 70 Zentimeter vom Becken entfernt, bei größeren Menschen auch weiter, bei kleineren etwas näher. Dann gibt die Handrücken auf die Fußgelenke, Handflächen nach oben und die Ellbogen auf Schienbeine oder Knie. Und so kannst du dir vorstellen, dass du bist wie eine Schale, in welche der Segen Gottes hineinströmen kannst.